Hallo Retzel, wie kommt ihr rein? Hey, wir haben mich so noch gut gefreut. Ich kann vorstellen, der SV Grünpreis-Sperie. Mit der Nummer 1 habe ich dabei, Anna-Karina Töschel, die 12 trägt Sina Hügel-Weid. Mit der 2 ist dabei, Marie Kinscher, mit der 3, Marie-Christine Schosseli. Heute geht's mit der 6, Lisa Retzel, sieben, Julga Wink, mit der Bahn dabei, die 10 trägt Anke Dornan, der 14, Daniel Ernst, die 17, Stefanie Dugel, der 19, Kerstin Lanz und die 3, die 25, Wiener Erdmann und der 33, Wiener Wackau. Untertitelung des ZDF, 2020 Applaus Franziska Nikolaus, mit der 82 ist dabei Frau Schloss, mit der 2 hat er Carolin Süße, mit der 9, Julia Irgendwann, mit der 10, 20, ja, Lass, 11, ja, 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 ja. Franziska Nikolaus, mit der 8, 20, ja, 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 Oh, sometimes I get a few. So, ich darf Ihnen heute noch einmal bei Schiedsrichterpaste. Das sind die Sportfreunde, Dreddkamp, Dreddkamp und Fabian Kölner aus Frankreich. Herzlich willkommen hier in der 2.0. Josep. Ja! Und das ist ein Spiel von der Vögel der Vögel des Vögel des Vögel. Applaus 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 Das erste Teil in diesem Spiel für unsere Gäste aus Spurin, zum 1 zu 0, trifft die 25 Idien Erdmann. Das zweite Teil in diesem Spiel für unsere Gäste aus Spurin, zum 2 zu 0, trifft die 25 Idien Erdmann, zum 2 zu 0, trifft die 25 Idien Erdmann. Das zweite Teil in diesem Spiel für unsere Gäste aus Spurin, zum 2 zu 0, trifft die 25 Idien Erdmann. Okay! Applaus Applaus Ausgleichsungsfurtes Applaus 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 Vielen Dank. 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 Applaus Applaus Aus! Au revoir ... Au revoir ... Die Wien verkostet auf elf zu zwölf, Torschotzen mit der Föber 20. Die Wiener Rekord. Heute geht es mit dem Tor für den Raunel, das 13. Tor bereits der 9. Stil 021, Katharina Pulle. Gefühlt den 25 Wiener Mann, Markus Filschens, vierte Tor für den Tor für den Schwerthau. Torschotzen mit der 33, Karin Wesselin. Sie, 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 Sie. Sie, Sie. Du, Sie. Sie, Sie, Sie. Zehn. Bate. Das war die erste Halbzeit in der Saison 2002, 2012 gefasst, aber freut euch die VfL-Dame. Halbzeit 14 zu 11 in der VfL. Die VfL-Dame ist in der VfL-Dame. Stimmung macht lustig, jeder ist lustig. Ich tanz auf die Tische, ja ich bin es wahr. Keiner hat Sorgen, denkt nicht an morgen. Das war am 15, 2 Minuten im Spiel. Auf einmal der Walschfarkau gegen NSV Blödweiss schwierig. Schleif. 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 Geht es gut! EIN! EIN! Klasse! 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 Die Gäste erzielt den Anschluss der Wälder 12. Sätze. Die Gäste erzielt den Anschluss der Wälder 13. Kerstin Lotz. Die Gäste erzielt den Anschluss der Wälder 13. Kerstin Lotz. Die Gäste erzielt den Anschluss der Wälder 13. Kerstin Lotz. Die Gäste erzielt den Anschluss der Wälder 13. Kerstin Lotz. Die Gäste erzielt den Anschluss der Wälder 13. Kerstin Lotz. Die Gäste erzielt den Anschluss der Wälder 13. Kerstin Lotz. Die Gäste erzielt den Anschluss der Wälder 13. Kerstin Lotz. Die Gäste erzielt den Anschluss der Wälder 13. Kerstin Lotz. Für die vier Kürze auf 14 zu 15 durch 15. Kerstin Lotz. Wenn die Kürze erzielt. Auf der Erste. 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 Die Stadte erzielt den Anschluss der Wälder 13. Kerstin Lotz. Die Gäste erzielt den Anschluss der Wälder 13. Kerstin Lotz. Die Gäste erzielt den Anschluss der Wälder 13. Kerstin Lotz. Die Gäste erzielt den Anschluss der Wälder 13. Kerstin Lotz. Reis, rechts! Reis! Reis, Menden! Was? Eins! Bein hoch! Bein zwischen! Bitte! Voll! 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 Kommt ihr! Kommt ihr, Leute! Die Anzieh! Kommt ihr, gerade! Kommt ihr, gerade! Das war's! Kumpfon Kumpf 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 Das war der Ausgleich zur 16 zu 16. Für die Tierschulein ist erfolgreich die neue Wettbeekürze. Die Tierschulein ist erfolgreich die neue Wettbeekürze. Für die Tierschulein ist die Tierschulein. Die Tierschulein ist erfolgreich. Die Tierschulein ist erfolgreich die Tierschulein. 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 Applaus WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR